Ja, das Ganze, das macht mir Spaß hier. Das Ganze organisieren, koordinieren hier mit dem Asphalt. Man sieht am Ende des Tages hier ein Kilometer Bundesstraße fertig. Und das ist geil. Ich bin bei der Strabag seit 2014. Ich bin angefangen, 95 zu lernen. Ich bin seit 1993 in dem Strabag-Konzern tätig. Ich bin seit 2014 wieder bei der Strabag. Mir macht das einfach Spaß hier. Und auch mit den Kollegen und so weiter. Mir gefällt es eigentlich gut. Moin, aus dem Bereich Schleswig-Holstein-Ost, der Strabag. Du hast Lust, hier zu arbeiten? Wir haben uns mal mit der Kamera vor Ort umgesehen. Hast du schon auf On gemacht? Ja, ist schon On, ne? Wie ist es so, bei der Strabag zu arbeiten? Der Bereich Schleswig-Holstein-Ost ist zugleich größtenteils auch die Heimat unserer Leute. Heute nehmen sie uns mit und geben uns einen kleinen Einblick in ihren Job. Ich bin gerne draußen. Ich bin gerne draußen. Ich baue gerne Sachen. Dadurch, dass das ja sehr vielfältig hier ist, wird das auch nicht langweilig. Wir haben hier Radwegebau, wir haben hier Kanalbau, wir haben hier Pflasterarbeiten, Arbandsanierung, eigentlich alles, was es so im Tief- und Straßenbau gibt. Zur Vielfalt gehört zum Beispiel der Bau von Durchlässen, oder? Ja, hier haben wir das Fledermaus-Ersatzquartier gebaut, aus vorhandenen Steinen, die wir vom alten Durchlass hier rausgeholt haben. Hier links, auf der linken Seite, haben wir eine Otterbärme gebaut, weil hier ein Fischotter ist, damit der da vernünftig laufen kann. So was hat man nicht auf jeder Baustelle. Dementsprechend freut man sich auch, dass man so was mal bauen kann. Man lernt ja auch nie aus und da wird man ein kleines Unternehmen nicht haben, so was zu bauen. Also ich kann eins sagen, erstens verdienst du ja auch gutes Geld. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo anders hätten, dieses Gehalt. Du hast geregelte Arbeitszeiten. Uns gefällt es hier, sonst wären wir schon weg. Jo, klare Ansage. Die Strabag ist auf Zukunft ausgerichtet und Vorreiter in der Branche. Jetzt fahren wir hier unten mal runter zu unserer neuen Asphaltaufbereitungsanlage. Wenn ich jetzt weiterfahre, dann kannst du sie sehen. Hier wird Fräsgut aufbereitet, für den späteren Wiedereinbau. Das sichert Zukunft und schon Ressourcen. Technisch ist Strabag vorn. In der Hinsicht, was Ausstattung angeht, sind wir da schon sehr gut aufgestellt. Maschinenmäßig, also so wie ich das haben möchte, es ist vielleicht, weil ich auch so lange hier bin, kriege ich auch diese Maschine. Mit guten Maschinen kannst du gute Arbeit machen. Wenn du so eine Klappe am Kiste hast, wo alles wackelt und du kannst dann kein richtiges Planum mit der Maschine abziehen. Oder die Maschine ständig kaputt und du musst dann mit der Hand wieder ran und dann schaffst du am Abend nicht. Dann kriegst du vom Chef wieder Ärger, warum die Maschine wieder kaputt ist. So was ist bei uns nicht. Wir haben eine Werkstatt, die wirklich permanent die Maschinen pflegt und wartet. Tja, dann kann es doch losgehen. Es geht sofort los, natürlich. Gleich weiter hier. Und dann setzt du an und fährst los. Bis 15 Meter, eine ebene Fläche, ohne eine Naht, ohne was Geschnittenes zu haben. Gar nichts. Es ist einfach nur eine schiere, gerade schöne Bahn. Mit zwei Fertigern parallel arbeiten, hier geht das einfach. Ja, das Zusammenarbeiten im Team. Also wir sind quasi, du bist in einer Kolonne, wir haben immer feste Kolonnen hier bei Strabag. Du wirst nicht immer von, wir haben quasi keine Sprenger bei uns. Es ist halt alles so gestrukturiert bei uns. Stimmung ist super im Team. Also da gibt es gar nichts. Wir sind alle lustig, wir sind alle fröhlich. Also wir kennen uns mittlerweile auch schon ein paar Jahre und da weiß der eine, was der andere macht oder auch nicht macht. Bei Strabag hier im Bereich Schleswig-Holstein-Ost ist die Arbeit vielfältig. Von klein bis groß, von der Autobahn bis zum Zopp. Wie hier am Bahnhof in Neustadt. Wenn man sieht, wie es auch vorangeht und was geleistet wurde und wie es nachher im Endeffekt dann aussieht, wenn es fertig ist, freut man sich schon hier vorbeizufahren und zu sagen, Mensch, hier habe ich gearbeitet und das haben wir hier hergestellt mit den Jungs auch in einem Team. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, sag ich mal. Die Chefetage ist gut, wir haben Sommerfest, Weihnachtsfeiern, also das ist echt ein guter Umgang her bei uns. Du fängst morgens an, bis nachmittags zu Hause. Im Großen und Ganzen eigentlich alles immer in der Nähe, sag ich mal. Und relativ zeitnah zu Hause. Wann kommst du zu uns? Wir warten auf deine Bewerbung. Ganz einfach hier melden. Ich bereue keinen Tag bis jetzt. Also ich finde das... Sonst wäre ich fast zehn Jahre hier. Die Strabag im Bereich Schleswig-Holstein-Ost wartet auf dich.